Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 16. Februar 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1165 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Google, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Opera, Patente, Oppo und Oppo. Ich beginne gleich mit Google und die haben nämlich im letzten Jahr, gegen Ende letzten Jahres war das glaube ich, die Zwei-Fakten-Authentifizierungspflicht eingeführt. Das heisst, wer ein Google-Konto besitzt, ob das jetzt für YouTube, Google und was auch immer die ganzen Google-Dienste noch können ist, muss man eben eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, nicht nur Benutzernamen und Passwort eingeben, sondern noch über eine dedizierte App oder ein SMS sich einen Code zusenden lassen. Alternativ geht natürlich auch auf dem zweiten Gerät sich dann den Code anzeigen lassen, da eintippen und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Google selber sagt, ja, hat Wirkung gezeigt, weil 50% weniger komprimierte konnten. Ich würde sagen, heutzutage muss man einfach Zwei-Fa aktiviert haben und oder das Ganze nutzen und als Firma sowieso, also vor allem so grosse Firmen, unbedringend und als Nutzer logischerweise das dann natürlich auch einsetzen und konsequent umsetzen. Wer hat noch nicht einmal gewollt, ein Emoji in der URL einzugeben? War wieder mal superdeutsch. Nee, Opera, der Browser aus dem Norden, hat eine Neuerung eingeführt. Man kann jetzt nämlich direkt mit Emojis eine Webseite ansurfen. Wie das genau funktioniert, ich habe es euch verlinkt in den Shownotes. Da könnt ihr das Ganze nachlesen in der Pressemitteilung von Opera selber. Weiter geht es mit Patentranglisten, wie in jedem Jahr gibt es auch für das Jahr 2021, also rückwirkend auf das letzte Jahr, eine Patentrangliste, welche Firmen am meisten Patente gemacht haben oder eingesetzt oder angegeben. Mein Gott, jetzt geht es dann gar nicht mehr. Welche Firmen am meisten Patente eingereicht haben und schlussendlich dann auch zugeteilt bekommen haben. Da sieht man verschiedene Firmen. Die erste sagt mir nicht wirklich viel. Die zweite ist Samsung, dann Canon, Taiwan, Semicondor Manufacturer. Das ist auch nicht eine kleinere Firma, sondern eben eine grössere Geschichte. Dann Huawei, Intel und an siebter Stelle Apple, LG, Microsoft und Qualcomm auf Platz 10. Weitere Hersteller und spannend ist auch, dass hier das Ganze sich unterteilt. Zum Beispiel Samsung findet ihr als Samsung Electronics, aber auch als Samsung Display-CO-Firma eingetragen in der Liste und somit dann im Globalen wahrscheinlich noch ein bisschen höher gesehen. Spannend und interessant und dennoch irgendwie mit diesen Patenten habe ich immer mehr ein bisschen Mühe. Ich würde das Ganze am liebsten relativ offen sehen, dass alle ein bisschen voneinander profitieren könnten. Wäre doch etwas. Oder auch nicht, weil dann haben wir wieder Copycats. Es ist eben ein dafür und da wieder. Dann gibt es zwei Meldungen von Oppo. Eine ist offiziell. Man hat jetzt nämlich das, was schon länger in den Gerüchten ist, offiziell bestätigt. Hasselblatt und Oppo kooperieren für das nächste Smartphone. Das wird der Find X3 Pro Nachfolger. Wahrscheinlich Find X5 wird der heissen. 5 Pro logischerweise. Und der wird neben Technologie und Wissen von Hasselblatt auch den neuen NPU, den Marysilcon X Prozessor im Einsatz haben. Ein spannendes Produkt, was wahrscheinlich auf März dieses Jahres dann in unsere Geschäfte kommt, wo man das Ganze dann sich käuflich auch erwerben kann. Ich bin sehr gespannt. Auch gespannt bin ich. Ein weiterer Leak, der aufgetaucht wurde, wurde ist, nämlich parallel zu der offiziellen Bestätigung, gab es eine inoffizielle Werbung. Auf Weibo ist das Ganze aufgetaucht, dem chinesischen Chat-Tool. Was es da gibt, da sieht man nicht nur eben das genannte Oppo Find X5, sondern auch die neuen Kopfhörer von Oppo. So kleine In-Ear-Knubbels, wie man sie kennt von anderen Herstellern. Und darunter liegend das Oppo Pad, das Tablet, das schon seit einem Jahr in den Gerüchten ist, oder schon über einem Jahr in Gerüchten ist. Und seit letztem August gibt es dazu auch Bilder. Jetzt ist ein weiteres aufgetaucht, doch relativ dunkel, mit einem einfachen Fotolinse hinten dran, ein bisschen Blitz. Und irgendwie ist was einschraffiert, wahrscheinlich Oppo Pad oder irgendetwas in der Richtung. Ich bin gespannt auf beide Geräte. Aber eben, irgendwann im März wird es wahrscheinlich dann vielleicht soweit sein. In diesem Sinne, das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch noch einen schönen und erholsamen Tag. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.